Every day I'm shufflin, every day I'm shufflin Und herzlich willkommen zurück zu Dead Space Leute, ja Es geht fröhlich weiter, eine neue Folge, ein neues Erlebnis für mich Ja, wir sind Oh, richtig Nicht gut, der Shuttle ist tot Jemand hat die Navigationskarten entfernt, Gott weiß warum Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind Ich lade ihre Positionen runter Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen Du brauchst also einen Schlüssel der Crew Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden Oh, Mann, was müssen wir immer so viel machen? Oh Fuck Ja Da liegt was Sachen liegen da Wir hätten das auch noch was Oh yeah Oh yeah, bitches Oh, Gott Ist das euer Ernst? Oh, Gott Das ist der Alter, das ist der Horror Ich krieg da voll die Panik Wollt ihr das mal? Ich werde jetzt garantiert nur so weiterlaufen Das macht mir Angst So Ich krieg Panik hier, ey Ich krieg Panik, ey Ich kann das nicht mehr spielen, ja Okay Gut Oh Gott Ganz ehrlich Fick dich einfach Fick dich Das ist so krass gemacht Jetzt Muss das sein? Egal Ganz ruhig in den Shop gehen Einfach in den Shop gehen Du hast nichts zu verlieren Du hast nichts zu verlieren, Mama Ich glaub ich brauch nichts Ich bin gut equipped Äh Ich hab nur mal lieber nachgedacht Schnell Schne geschnell Ich werde hoch Ich werde hoch Ich werde hoch Ich werde hoch Das soll dasgehen Werden wir auferstehen In der Hoffnung Oder nur der nächste Schwindel von Sch row Dann wird sie während des letzten Sie have Murphy As geht es ist so krank ich kann das nicht mehr hören was wird das an welchen ordnungsschimmer klammern sie sich wenn alles um die herum nun los zu sein schein war eine wahre gläubige sie hatte vertrauen und wartet jetzt auf ihre transformation was zum du es nicht alter alter das ist doch ein verrückter mann ey nehmen sie sie an heißen sie sie willkommen was was ich musste ich muss da rein ganz ruhig bleiben ruhig bleiben wir waren einfach die ruhe natürlich kommen wir nicht durch mein inventar ist echt voll wenn die jetzt da hochkommen sind die echt gut er kann jetzt nicht dadurch oder ja jetzt na pech noch wo lang darunter geil geil muss das sein noch einer alter 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 aua 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 leine wixer ich sehe nix aber wappen lass mal wappen alle na du Alter Fuck die Oma Ich brauche Läden Und so Sachen halt Aufgabe erfüllt Okay Cool Ganz schön matschig und so Ja, ich kann also nicht gerade viel reden, weil... Das mich gerade abfand Hallöle Muss ich da... Nein, ich muss nicht wirklich da wieder zurück, oder? Mr. Clark Fick dich Ich muss mit Ihnen reden Ich bin ganz in Ihrer Nähe und... Und ich weiß, dass Sie es interessieren, was ich zu sagen habe Ich kann Ihnen alles erklären Ich weiß, was passiert ist Wenn Sie die Navigarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen Wir müssen reden Beilen Sie sich Wir müssen reden Glaube nicht Wollang Einfach weiterlaufen Nichts anderes denken Nein, 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 nein Das war was? War doch gerade was Hallo Hä, da War doch was Da Ha Boah, nicht gut Okay Da nicht, aber da Wollang? Da lang bestimmt Da kommen wir nicht rein Oh, da kommen wir rein Dank dem Schlüssel Ich kann gerade nicht viel reden Ich weiß nicht, wie viel zu reden geht Außer, ja Wie geht es euch denn so? Es ist Samstag Ganz cooler Tag Mir geht es gut Mir geht es lässig Und Ich habe das Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen Brauche ich eine Überbrückung? Brauche ich das also? Ah, erstmal speichern wir Es war ja schon lang genug gespielt Ich brauche erstmal eine Pause Und es ist auch spät Und so Für euch ja nicht, aber für mich Äh, ja Ich bedanke mich fürs Zusehen Wir sehen uns beim nächsten Mal von Dead Space Oh, das Spiel wird langsam echt Wieder eine Stufe härter für mich Merke ich gerade Tschüssi